Hallo liebe Freunde des Stroms, schön dass ihr wieder dabei seid, freut mich richtig. Heute habe ich mir gedacht, weil so ein wunderschöner Tag ist, dass wir mal ein bisschen Sprit verbröseln können, dass wir schon mal mit dem kleinen Inverter Stromerzeuger heute mal in Betrieb gehen. Das heißt, ich zeige euch jetzt mal, was man machen muss bei der ersten Betriebnahme, dann schauen wir uns das an und dann lassen wir den kleinen Schnuckel mal ein bisschen knattern. Wenn es interessiert, wir sehen uns gleich. Dann legen wir auch schon los, oder? Also, bei dem Stromerzeuger ist es so, es ist wie ein ganz normaler Benzinmotor, wie ein Rasenmähertraktor oder Rasenmäher, was ihr zum Beispiel zu Hause habt. Ich würde immer empfehlen, zur ersten Betriebnahme, man schaut sich die Zündkerze an, weil man weiß ja nicht, ob die festgezogen ist, wenn man es jetzt ausgepackt hat und gerade geschickt bekommen hat. Und zum Beispiel jetzt nicht diesen 30-Punkte-Check von Ademax mitgekauft hat. Dann würde ich euch echt empfehlen, schaut euch die Zündkerze an, das machen wir jetzt auch gleich. Dann müssen wir natürlich Öl auffüllen und einen Kraftstoff brauchen wir auch. Und das sind jetzt nochmal die drei Sachen, was du bei der ersten Betriebnahme eigentlich machen musst. Dann fangen wir gleich einmal mit der Zündkerze an. Das ist mir schon wichtig, weil das ist mir nämlich selber auch schon mal passiert. Ich habe ein neues Gerät in Betrieb genommen und irgendwann einmal hat es dann Komplikationen gegeben und ich habe nicht gewusst, was es war und dabei war die Zündkerze eigentlich locker. Also wir machen es jetzt einfach nur so, mit dem mitgelieferten Zündkerzenschlüssel. Wir lockern jetzt die Zündkerze nochmal. Ich schaue mir das auch nochmal schnell an. Ich sage, das ist eine Sache, das ist gleich erledigt. Und dann schauen wir, ob die sauber ist. Gut, das haben wir im letzten Video auch schon gemacht, aber es sollen fehlen. Schaut es her, wenn die vorne so ausschaut. Die muss blitze blank sein. Das da darf nichts verbogen sein oder beschädigt. Genau. Dann können wir es auch schon wieder einbauen. Gar nicht so. Ja, mit der Kamera ist es jetzt ein wenig doof. Ihr wollt jetzt einfach was sehen, oder? Es hilft jetzt nichts, ich muss es schnell anziehen. So. Jetzt anbeißen lassen. Jetzt ist es drin. Gut. Dann haben wir den Schlüssel wieder drauf. Ziehen wir sie handfest an. So. Kommt. Zack. Anziehen. Fest. Das war es schon. Zündkerzenstecker wieder drauf. Das wäre nämlich jetzt natürlich doof. So. Zündkerzenstecker drauf. Dann schauen wir mal schnell rein. So schaut das jetzt da drin aus. Da ist der Zündkerzenstecker. Der muss sauber drauf sitzen. Die Dichtung muss sauber dort sein. Und dann ist alles in Ordnung. So. Dann können wir den Deckel schon wieder verschließen. Zum Öl einfüllen und zum Motoröl, was wir hier brauchen für das Stromaggregat, steht jetzt in der mitgelieferten Betriebsanleitung auf Seite 11. Steht das jetzt wunderbar hier drin. Wir brauchen 0,52 Liter. Und das Gerät soll gerade stehen und genau, dass das auch wirklich sauber passt. Wir können einfüllen ein 5W30 oder ein 10W30 zum Beispiel. Dann schauen wir mal schnell, ob da noch irgendwas dabei steht. Also 5W30 oder 10W30. Ich habe jetzt hier zum Beispiel extra für die Stromerzeuger von Ademax noch das Öl mit dazu bekommen. Das ist das Motoröl Garden. Das ist ein SCA 15W40. Mineral zum Beispiel, das sind jetzt 5 Liter, das ist für Viertaktmotoren. Das kann man zum Beispiel ganz gut verwenden. Und wenn man halt unbedingt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat jetzt zum Beispiel 10W40 noch da. Nein, 10W40 geht gar nicht, schaut her. Dann kann man natürlich noch entsprechende Öle kaufen. Auf was ich hin möchte, ist, ihr müsst bitte auf eins aufpassen. Es gibt diese Öle auf mineralischer Basis. Das steht hier zum Beispiel. Schaut her. Mineral. Und es gibt es aber auch synthetische Öle. Wenn du einmal ein synthetisches Öl in den Motor drin gehabt hast, kannst du auch nur noch ein synthetisches Öl verwenden. Weil mineralisches und synthetisches Öl vertragen sich überhaupt nicht. Und das ist ein Problem und das muss man wissen. Deswegen würde ich es mir innen drin irgendwo hinschreiben, welches Öl man verwendet hat. Zum Beispiel beim Auto ist ja auch immer so ein Anhänger mit dran, Ölwechsel gemacht worden. Welcher Typ von Öl ist drin. Und sonstige Sachen stehen da drauf. Im Endeffekt, das würde ich bei den Stromerzeugern natürlich auch machen. Ich werde mir da innen drin dann mit meinem Beschriftungsgerät, werde ich mir ein Aufkleber reinsetzen, welches Öl und wann ich quasi das Öl befüllt habe. Dass man die Daten ein bisschen aufschreibt, beziehungsweise dass man es sich merken kann, wann ist denn eigentlich da mal Öl reingekommen. Weil dann nimmt man das Gerät zwei, drei Jahre her und irgendwann einmal sagt man, hm. So ist es mir bei meinem Rasenmähertraktor zum Beispiel passiert, ich habe drei Jahre lang keinen Öl wechseln nicht gemacht. Bis ich mir dann einmal gedacht habe, ups, sollte man mal vielleicht einmal zu Öl wechseln. Also allererstes müssen wir ja mal unsere Serviceöffnung aufmachen. Dazu nehme ich jetzt wieder den mitgelieferten Schraubendreher. Und schraube jetzt hier einfach mal den Deckel auf. So, mei, ist noch ein wenig sperrig, weil halt alles noch so neu ist. So, dann haben wir ja hier unseren Ölmeschstab sozusagen drin, inklusive dem Öleinfüllstutzen, sage ich jetzt einmal. Und da auf dem Ölmeschstab ist es jetzt auch so. Ich hoffe, man sieht es jetzt gescheit. Da ist quasi leer, unterster Stand und hier ist der oberste Stand. Und da kann man es dann ablesen, wenn man mal nachschaut zum Ölstandsprüfen. So, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem, weil mit unserem normalen Kanister hier, hier so reinschütten, das wird natürlich gar nichts. Jetzt habe ich mir gedacht, wie lösen wir jetzt das ganz einfach. Ich habe mir jetzt einmal ein bisschen rumgeschaut und ich habe mir hier so einen Seiteneinfülltrichter besorgt, mit dem ich hier ganz wunderbar hier einfach den reinstecken kann in die Öffnung und kann hier quasi ordentlich und sauber mein Öleinfüllen. Und zum Öleinfüllen kennt ihr ja eh, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Kennt man zum Beispiel, wenn einer eine kleine Werkstatt zu Hause hat, dass man sowas hier nimmt. Oder einen Messbecher zum Beispiel, der ist jetzt für einen Liter, einfach so ein Ölmessbecher. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe mir so in so einem Sonderpostenbaumarkt, habe ich mir jetzt einfach so einen kleinen Messbecher besorgt, weil ich brauche ja nur einen halben Liter Öl. Und mit dem kleinen Gefäß tut man sich halt wesentlich leichter, auch beim Einschütten. So, was ich auch immer gerne, also was ich gerne empfehlen möchte, ist, das tut es euch bitte schon, irgendwas herrichten in Form von Tüchern oder so Lappen oder einfach so Putzlumpen sozusagen, so, ja, kennst du diese Öllappen, die man gerne in der Werkstatt hat, falls mal was daneben geht, dass man da nicht gleich schauen muss mit dem Besten, mit dem Pullover oder sowas, das irgendwie weg zu wischen. So, also wir füllen uns jetzt einen halben Liter Öl ab mit unserem Messbecher und schauen, dass wir natürlich nicht rumkacken. Schaut sich aber, so geht das wirklich ganz einfach, kann ich mir hier raus und schön einfüllen. So, ich mache jetzt genau einen halben Liter. Und wenn es wirklich ist, kann ich ja nur nachschütten. So, schaut's her. Gibt doch wunderbar. So. Gut, dann legen wir uns das Öl auf die Seite. Schauen wir mal, ob meine Premium-Lösung wunderbar funktioniert. Also, dann halten wir das jetzt fest und schütten hier einfach unser Öl rein. So. 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 lassen wir den rest noch ein bisschen reinlaufen wunderbar lassen wir das auslaufen machen wir gleich wieder sauber dann haben wir jetzt unseren ölmilchstab rein kurz warten und derzeit kann man sein zeug dabei verräumen sauber machen und keine angst das sind keine alten und dosen von mir das gleiche auf die seite zum öl wechseln ist jetzt bei dem gerät das problem dass wir hier keine eigene ablass schraube haben also bei dem habe ich jetzt bis jetzt noch nichts gefunden die muss man sich ja noch mal genau anschauen und ein bisschen zerlegen habe ja versprochen und jetzt habe ich mir was besorgt ich werde sich natürlich unten verlinken das ist eine so genannte öl absaugpumpe kann ich dabei schon vorstellen in der zeit wo das wo sich das öl schon ein wenig ausbreitet das was ich stelle ich jetzt schnell ein bisschen zurück dann brauche ich mich jetzt hierher gucken also ich koste gar nicht viele glaube 16 17 euro das ist hier richtig die öl und laugen beständig kann man hier wunderbar sehr sauber abgedichtet und an zwei reserve dichtungen dabei hand verschiedene schlauch größen mit dabei und da kann man hier vorne zum beispiel kann man sich dann schon schauen dass man nicht also mehrere schläuche dabei das ist das was mich schon wieder gefallen hat da habe ich hier so ein silikon schlauch die mache hier drauf schmeißt die überwurf mutter wieder drüber sie das ganze wieder fest mit der hand und schon kann ich hier wunderbar das öl in das aggat rein dann kann man hier quasi wie das öl absaugen haben wir schon voll dann kann man hier jetzt zum beispiel rein unten drin und dann kann ich hier jetzt wunderbar das sauberne öl naja gut jetzt aber nicht aber so wichtig zeigt sich nur einmal hat es ja und schon kann ich mir hier wunderbar das öl aus dem motorraum also aus und aus dem aus der auffangwande wieder raus sagen und könnt es theoretisch so auch einfüllen wenn es wirklich ist also ich sage kostet nicht viel ich verlinkt sich unten ist es ein kleiner tipp weil dann hat man keine sauerei und gar nichts erzähle ich pumpe es einfach wieder rein dann ist es schon wieder erledigt luft saugen öel auf der haut dann machen wir dann noch nicht sauer genau da haben wir uns ein öl mischt da wieder rein hier schaut man wird auf die latzhose ich mache das dann später sowieso noch mal aber jetzt gehört für euch mal zu zeigen so also öl haben wir aufgefüllt öl haben wir aufgefüllt das ist jetzt alles drin das ist schön verschraubt da ist der kraftstoff füllt das passt auch alles okay dann nochmal einmal drüber schauen ob alles in ordnung ist wir machen uns den deckel wieder zu so und als nächstes brauchen wir natürlich braucht unser liebes schnuckelchen was zu trinken das heißt wir brauchen ein kraftstoff gericht schnell her und dann hole ich wieder so dann füllen wir mal ein bisschen kraftstoff auf hier oben ist ja der verschluss vom tank mit dem ventil wo man dann aufpassen müssen so in den tank gehen 4,2 liter rein wie gesagt hier ist ja noch mal der also wie schon gezeigt habe hier sondern der zwischenfilter da kann man reinschauen alles wunderbar so zum kraftstoff laut bedienungsanleitung können getankt werden also alles was mit benzin zum tun hat das heißt super super plus super e 10 normal und normal e 10 ich habe jetzt da drüben einmal drei kanister hergerichtet der von einem rasenmäher traktor dann habe ich mir noch ein besorgt von der firma hühnersdorf standard das jetzt drei liter kanister ich verlinke euch unten also ich mache das und ich bin von denen überzeugt arbeiter glaube deutscher hersteller ist und wie wegen dem verschluss das zeige ich jetzt schnell einmal ich bin ja lieben der papi und ihr wisst selber ihr habt die kanister irgendwo rumstehen garage keller gartenhaus sonst wo keine ahnung wo sie sind packt und wenn sie kinder zu hause habt es kann es natürlich mal passieren dass die kinder diesen diesen kanister in die finger bekommen und warum soll ich es riskieren dass meine tochter hier mal einen sauberen schluck benzin schnüffelt habe ich hier sozusagen mit sicherheitsverschluss die kann sich dann wolf drehen die nächsten drei tage weil die hat die kraft nicht dass die den auf bekommt weil hier muss man wie bei der reiniger flaschen gibt es ja auch diese sicherheitsverschlüsse die wo uns erwachsenen nerven wie die wie die hölle aber hat einfach ich sag für kinder wirklich also schaut da bitteschön dass er ordentlicher verschluss drauf ist und dass er ordentlich gekennzeichnet ist dass der kraftstoff kanister ist bzw ich etikettieren die ganzen drauf und schreibe dann drauf was drin ist weil es wäre doof wenn jetzt ab diesel eintanken würde so den gibt es natürlich auch ein nummer größer als das war jetzt der drei liter dann haben wir hier einen zehn liter die haben jetzt neu angeschafft für die aggregate sieht man auch ein bisschen staub ist schon drauf die haben zulassung und fertigungsdatum steht drauf und alles das halt passt so für die langzeitlagerung sind die nicht geeignet muss ich leider zusagen also wenn es du benzinkraftstoff langzeit lagern möchtest dann sind die nix weil dadurch das kunststoff kann das benzin diffusieren quasi also das ist so wie setzt es erklären die benzinkase sind so so dünn dass sie durch den kunststoff langsam aus diffusieren und quasi hier du kraftstoff verlierst so also wir wollen jetzt hier tanken jetzt gibt es natürlich mehrere möglichkeiten an der ganzen geschichte hier einmal mit diesem schnüffel stück dass man mit dem tankt hier quasi rein und mit dem kanister einfüllen ich habe jetzt noch andere lösung gefunden was mir besser zusagt weil diese diese rumsablerei auf das habe ich gar keine lust das nämlich zum beispiel das kennt ihr jeder der wo motorsäge zu hause hat das hat diese sogenannten sicherheitsverschlüsse und die passen auch auf die drei kanister da drüben und das möchte ich jetzt quasi zeigen also den habe ich schon länger im einsatz und der passt auch wunderbar drauf dann nehmen wir jetzt einmal den drei liter her zwar sich durch den schluss zum ersten runter und mache jetzt hinter hier drauf gut schauen überall an kopp kappen darauf leid so jetzt ein gehänge ist es jetzt habe ich quasi hier mein hoffmann sieht schön vom lichter so jetzt jetzt habe ich hier mein eingießer und da passiert nichts so jetzt habe ich natürlich den riesen vorteil ich brauche nicht aufpassen gut der dass drei liter wir kriegen 4,2 liter in tank rein ist jetzt wurscht aber zum herzeigen wenn man jetzt einen größeren kann ist da zum beispiel 20 liter kann ist da jetzt gehen wir einfach her so drücken wir noch und drücken wir noch unten und schon geht es los das war jetzt der erste effekt weil natürlich jetzt durch schütteln ein bisschen druck drauf war aber hört es der klug hat das richtig sauber rein und sobald also keine luft mehr gibt stoppt also das saut in den saustall jetzt da das war jetzt ich weil wie gesagt man muss aufpassen wenn man wenn man rumschüttelt dann baut sich ihnen eine kleine druck auf so ein gescheiden durch aber ich finde es eigentlich ganz eine gute lösung und den rest schütten wir dann einmal normal noch so jetzt ist wieder im karton dann lasse ich los dann war sie mein kanister weg tun das mache ich damals nicht sauber haben wir nämlich den kunststoff besudelt ja da müsst ihr aufpassen also ihr habt es gerade gesehen wie es jetzt auch gerade passiert wenn man nicht aufpasst und schüttelt den kanister rum dann baut sich ihnen den druck auf und schon nicht schlimm sonst schlimmer wenn man das in die augen kriegt deswegen habe ich die hand vorhin davor gehalten das mache immer so weil kann ja passieren so gut dann dass ich sagen nehmen jetzt den schnell her das ist auch mit sicherheitsverschluss die gibt es natürlich auch transparent ganz sicherheitsverschluss was hat das innen teil und außenteil haben soweit nicht verbunden sondern nur wenn man drauf drückt dann geht er auf und das ist jetzt genau das problem so jetzt muss das da anpassen muss da anschnuppeln muss dann schauen dass nichts daneben schützt und das geht jetzt mit so einem kleinen fünf liter kanister geht es wunderbar wenn es da 10 20 liter in der hand halten muss da musst du nach vorne schauen und aufpassen also ich hoffe die message ist soweit rüber gekommen ich bin wie die oma mit dem spucktuch so kennst du das noch muss immer gleich sauber sein so dann machen wir jetzt hier gleich wieder zu natürlich nebenbei rauchen ist ganz klar oder eine kerzenschein ist natürlich auch ganz romantisch beim nachfüllen von kraftstoff also tun nichts unterlassen bitte und so aufpassen so machen wir den anderen schnell sauber dann haben wir soweit dass man zum leben erwecken dann richten wir es her ich tue mir mein ganzes kraftstromlager schnell weg und dann machen wir mal frankenstein live so ich habe ich jetzt mal bei mir hinten auf der terrasse geparkt weil generator in der garage laufen lassen ist jetzt ein bisschen doof bis c da kann man ja vergiftung bekommen so also das erste was wir machen müssen ist wir haben jetzt kraftstoff aufgefüllt mit öl ist in ordnung alles passt soweit wir müssen hier oben am tank bei der serie hier dieses sogenannte luft ansaugventil öffnen das heißt damit kein unterdruck im tank entstehen kann das nächste was wir haben zum starten ist wir haben wenn das aggregat schon mal gelaufen ist oder länger gestanden ist wir haben hier eine sogenannte pumpe mit der mir kraftstoff nachpumpen können in den vergaser rein hier ist der benzinhahn das heißt er steht jetzt auf off den schalte ich ein kann ich hier einschalten und zugleich ist das quasi der start stopp knopf sozusagen also wenn ich jetzt den auf off schalte dann wird der generator auch ausgeschalten genau so dann würde ich jetzt sagen weil wir ja erst in betriebnahme haben und dass der generator noch nicht gelaufen ist werde ich jetzt ein paar mal ziehen dass ich anhand von der benzinpumpe quasi hier schau dass ein bisschen kraftstoff im vergaser reinkommt aber vielleicht springt er auch gleich an wir haben hier oben den schock den man benutzen kann bei kalten temperaturen oder wenn er lange nicht gelaufen ist dann muss man hier im endeffekt einen schock einschalten und dann im betrieb einen schock wieder ausschalten ich probiere es jetzt mal ohne schock und normalerweise müsste es auch funktionieren schauen wir mal den generator hier so her dass er einen sauberen ordentlichen stand hat hier merkt man auch gleich wieder die gummifüße so dann schalten wir unseren generator ein das haben wir jetzt hier wichtig ist der sogenannte eco modus muss ausgeschalten sein das ist hier quasi der schalter der muss auf off sein ventil ist offen so und jetzt eigentlich müsste ich nur noch anziehen und das ding müsste ansprengen ich habe es jetzt gute drei minuten warm laufen lassen das aggat und ohne probleme ich habe es jetzt gute drei minuten warm laufen lassen das aggat und ohne probleme am anfang riecht es halt auch ein bisschen das ist aber normal da braucht sich bitte nichts denken ist klar das ist wie bei einem neuen ofen wenn man den anheizt oder so dann müffelt hat einmal ein bisschen der lack oder der kleber oder sonst irgendwas also es ist kein Thema nicht lasst es am anfang einmal ohne last einfach mal ein paar minuten schön laufen richtig schön einlaufen lassen und jetzt kann man mit dem gerät wunderschön arbeiten ich habe mir jetzt noch ein bisschen was hergerichtet mit meinem messgerät zum beispiel und der last ich werde jetzt den generator noch mal anschmeißen und dann schauen wir uns einmal schnell die spannungen an mit dem installationstester von penning und dann hängen wir noch ein bisschen last dran und dann würde ich schon sagen machen wir schon wieder unsere zusammenfassung also ich schmeiße jetzt an das kleine muffelchen das heißt wieder schritt eins ventil öffnen einschalten benzin an öffnen schock brauchen jetzt eigentlich gar keinen weil es ja schon gelaufen ist und er sieht es geht ohne probleme springt das ding sofort an und jetzt läuft er quasi hoch und jetzt soll man ungefähr eine minute ein zwei minuten warten bis sich alles aufgebaut hat bis der spannungsregler sich aufgebaut hat und das dann alles funktioniert so dabei hole ich mein messgerät und hier derweil einmal meine last so also die anzeige leuchtet grün das heißt die ausgangsspannung ist jetzt da ich bleibe jetzt schonmal im normalen modus nicht im öko modus können wir auch machen so sehr jetzt schalten wir quasi economy modus ein er fährt sofort runter der drehzahlbereich beim inverter beläuft sich zwischen 2500 umdrehungen bis 5200 umdrehungen der inverter technologie ist es komplett egal welche geschwindigkeit der motor läuft weil er regelt es automatisch nach und deswegen kann man auch hier mit der drehzahl runterfahren und deswegen kann der generator auch so kompakt sein so dann stecken wir mal unser messgerät an schalten es ein dann rutsche ich mal ein bisschen für euch hier ein bisschen zum kuscheln dann gehen wir jetzt schnell auf einzelprüfung und schauen uns nur mal die spannung an ja genau wenn ihr jetzt da unten her schaut da seht ihr schon wieder also wir fahren jetzt quasi unser IT-Netz aber die spannungen sind in ordnung zwischen L und N haben wir 235 Volt jetzt können wir mal schnell muss ich schnell umstellen auf IT-Netz damit das dann richtig anzeigt so und da können wir auch schon starten das ja so dann schauen wir uns das ganze mal unter Last an ich habe mal hier so ein pro Jahr 660.000 Stück dieses Jahr schon gekauft wurden so jetzt machen wir mal ein kW und ihr hört schon er muss schon ackern also ihr lauft jetzt auf 1 kW also ihr lauft jetzt auf 1 kW ja so jetzt so jetzt her und die Spannungen haben sich jetzt eigentlich nicht großartig verändert so dann gehen wir mal 2 kW so so jetzt fährt er voll aus das wird er natürlich wesentlich lauter ich sehe ganz klar aber 2 kW Heizlüfter macht ihm überhaupt nichts aus und die Spannungen fahren richtig sauber so und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch für die die wo wir jetzt dabei gelügen sind die riecht schnell her und dann hole ich wieder dazu das ist jetzt wahrscheinlich das was die meisten von euch interessiert kann man mit so einem Generator eine Powerstation aufladen ich habe hier die EcoFlow Delta Pro habt ihr jetzt einmal auf die Slow eingestellt das ist das Originalkabel und wir gehen jetzt her und stecken hier einfach mal die EcoFlow hier an und dann schauen wir mal ob es gleich ein Schnalzerer tut natürlich kann man es laden ordentliches Invertergerät von einem guten Hersteller schaut her ich zeige es euch schnell ohne Worte oder? die zwei schauen jetzt aus wie Susi und Strolchi oder? schaut jetzt her geht ohne Probleme los aus wie sich noch nicht Also, funktioniert ausbreend. Wir schauen uns aber den Generator dann noch einmal mit dem Oszilloskop an, unter verschiedenen Lasten. Das gibt es dann im Teil 3 sozusagen. Welche Spannungen kommen hier raus und wie kann man das Ganze dann optimal nutzen. Gut, ich wechsle jetzt einmal die Location und dann machen wir unser Schlussfazit. So liebe Freunde des Stroms, ihr habt es gesehen. Es ist schon ein hochwertiges Gerät und auch vom Anlassen her, vom Anziehen her, muss ich schon sagen, habe mich jetzt schon überzeugt. Also, mir macht es Spaß und ich freue mich jetzt auch schon auf die nächsten Videos, wo wir mit dem Generator arbeiten. Also, noch einmal kurze Zusammenfassung. Wie wir schon gesagt haben, Benzin aufpassen, Öl ab und zu nachschauen, vielleicht selber eure Fristen schreiben. Also, ich mache es immer so zum Beispiel, ich würde jetzt bei dem Generator nach 20 Betriebsstunden, würde ich das Öl austauschen. Und noch einmal einlaufen, also nach dem Einlaufen, dass vielleicht wenn irgendwelche Späne drin sind oder Verschmutzungen, kann ja passieren, dass man einfach wieder frisches Öl nachfüllt. Habt ihr gesehen, wie das funktioniert. Mache ich aber auf alle Fälle noch einmal so ein Wartungsvideo dran, wenn es so weit ist. Genau. Zum Inbetriebnehmen, habt ihr auch gesehen, also wichtig ist, dass der Eco-Modus ausgeschalten ist. Wir müssen hier oben das Ventil öffnen, dass er kein Unterdruck im Tank entsteht. Wir haben hier quasi unsere Pumpe, wo wir Kraftstoff nachziehen können. Wir haben hier unseren Ausschalter, beziehungsweise unseren Tankhahn. Ist in einem kombiniert. Hier oben ist der Schock. Ich habe ihn jetzt nicht gebraucht, aber wenn es etwas kälter wird oder wenn das Gerät lang steht, kann es passieren, dass man einen Schock hat. Ich mache es meistens immer so, ich ziehe erst ein-, zweimal an ohne Schock. Wenn es dann nicht kommt, also wenn er dann nicht startet, dann benutze ich einen Schock. Das Problem ist immer, wenn man gleich fett satt mit dem Schock reinfährt, kann es dann passieren, dass dir die Zündkerze absäuft. Jeder, der eine Motorsäge hat, beziehungsweise einen alten Rasenmäher, der weiß, von was ich rede. So. Zum Außerbetriebssätzen, das ist jetzt vorhin ein bisschen untergegangen, weil ich ja mit der Eco-Flower ein bisschen gearbeitet habe. Also ausschalten tut man das Gerät einfach hier unten an dem Kraftstoffhahn. Das heißt, den stellt man auf Off, dann geht das Gerät aus. Dann muss man das Ventil hier oben auch wieder schließen danach. So. Zum Ausschalten würde ich euch noch gerne einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr fertig seid, wenn ihr quasi keinen Strom mehr braucht, der Geradler wird nicht mehr benötigt, lasst uns bitte ein, zwei Minuten auslaufen, ohne Last. Last wegnehmen, ausstecken und einfach eine Minute, eineinhalb, zwei Minuten nachlaufen lassen. Da ist ein Lüfter drin, der hängt am Motor drauf. Und das im Endeffekt, das ist wie beim Auto, wenn man frisch von der Autobahn runterkommt, ist jetzt nochmal ein zackiges 200 gefahren. Der Turbolader glüht wahrscheinlich noch und so ist er da drin dann im Endeffekt auch. Es entsteht Stauhitze. Und dass man einfach das nochmal nachlaufen lässt, dass man sozusagen zum Abkühlen einfach gemütlich ein bisschen laufen lassen, dass es sich abkühlen kann. Dann ausschalten. Und ich glaube, dann habt ihr mit eurem Gerät lange Jahre eine Riesenfreude. Also es wird auf alle Fälle spannend und es geht auch weiterhin mit den ganzen Generatoren. Und da hoffe ich, da bleibt es mir dabei. Und es war bestimmt recht interessant für euch. Also ich muss sagen, Consolation passt wunderbar. Dann wünsche ich euch jetzt auf alle Fälle noch einen super schönen Tag. Macht es gut, meine Freunde des Stroms. Wir sehen uns dann wieder am Sonntag mit einem interessanten Thema. Da geht es um das da hinter mir mit meiner Musterwand. Möchte ich euch was zeigen. In diesem Sinne, schöne Grüße, euer Markus. Servus, pfiat euch.